Hallo zusammen, Matthias hier und herzlich willkommen zu dem zweiten Video zu den Neuerungen zum Thema Adobe Max. Denn es gibt natürlich nicht nur was Neues in Lightroom, Camera Raw, Lightroom Classic, CC Mobile oder sowas in der Richtung, wie wir es im letzten Video hatten. Es gibt zu viele Lightrooms, wenn das der korrekte Plural ist. Sondern es gibt es auch in Photoshop, in Photoshop aber auch ein paar neue Sachen, auch wenn es nicht ganz so viel ist und vielleicht noch etwas verbesserungswürdig ist, fähig ist. Aber wir schauen mal, was wir heute draus machen. Ich zeige euch alles. Und wir gucken, wie wir es passend anwenden können. Hallo? Das Ganze startet natürlich mit dem wohl größten, mit der wohl größten Änderung, die auch jetzt von jedem so ganz krass und gross promotet wird. Ich finde sie eher so, naja, mal schauen. Und die Thematik ist das neue Entfernen-Werkzeug. Denn wir haben hier ein paar mehr Möglichkeiten. Zuerst einmal ganz, ganz wichtig, bevor wir damit starten, bevor wir damit anfangen, hier einmal auf das Plus gehen, damit wir eine neue Ebene haben. Denn es macht einen Riesenchaos, wenn man das einfach so anwendet, dann wird es nämlich auf die Hintergrundebene angewandt. Das finde ich ein bisschen doof. Deswegen einfach mal zur Info. Okay. Wir können hierher gehen und haben hier oben erst einmal ein paar neue Auswahlmöglichkeiten. Auf der einen Seite hier links, dass wir vollautomatisch auswählen, was wir aus dem Bild raushaben wollen, ohne dass wir da selber jetzt nochmal was reinmalen müssten. Das ist gerade ganz krass mit den Stromleitungen. Ich habe sowas, glaube ich, mal von Luminar gesehen. Das, ja, okay. Es hat wahrscheinlich genauso gut funktioniert. Wir schauen es uns an. Aber auch mit dem Thema Personen. Und das ist was sehr, sehr Wichtiges, was Interessantes, was man ganz geil anwenden kann, glaube ich. Gut. Wir probieren es aus. Wir starten mit dem Thema Drähte und Kabel. Bevor wir damit anfangen, nichtsdestotrotz so zwei, drei Sachen will ich noch weiter erklären. Erstens mal hier generative KI kann sowohl an- als auch ausgeschaltet werden. Es funktioniert in beiden Fällen mal mehr, mal weniger gut. Und wir haben hier die Automöglichkeit. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird erst ab einer gewissen Bildgröße, ab einer gewissen Auflösung das ganze Thema verwendet. Und für kleine Geschichten wird die KI überhaupt gar nicht beansprucht. Spart Credits, spart Arbeitszeit, spart alles Mögliche. Und es ist so eine Automatik mit bei, die sagt, hey, wenn es nichts bringt, eine KI zu benutzen, lassen wir es auch sein. Wie gut das funktioniert, müsste man wohl testen. Nichtsdestotrotz geht es jetzt mal darum, was als Ergebnis rauskommt. Und da mache ich gleich voller Kanne, klar, mit KI, mit allem Möglichen. Und wir sagen uns einfach mal hier, bitte, bitte alle Drähte und Kabel aus dem Bild rausmachen. Was auch immer das heißt. Er hat ein bisschen gebraucht und das Kabel ist weg, mit dem wohl größten Nachteil von dieser Funktionalität. Denn er hat zwar erkannt, dass hier quer ein Kabel läuft und man sieht auch nicht, wo dieses Kabel vorher war. Nichtsdestotrotz werden die Pfosten dazu nicht rausgemacht. Und ich habe hier schon ein paar Beispiele durchprobiert und auch festgestellt, hey, wenn du eine Stromleitung hast, die halt nicht so prägnant quer durchgeht, ist das halt auch mal mehr und mal weniger gut. Manche Sachen erkennt er, manche Sachen erkennt er nicht. Das ist ja immer die Thematik mit KI. Ich könnte jetzt auch theoretisch hierher gehen und sagen, hey, komm, nimmst du das bitte auch noch mit raus und Bereich wird entfernt. Brauchst du ein kleines bisschen mit der KI, dann ist er in dem Moment auch weg. Also solche Sachen gehen, aber das Kabel hier hat er beispielsweise gar nicht mit rausgenommen. Also er erkennt natürlich nicht alles. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wie immer mit der künstlichen Intelligenz eine Unterstützung, eine Möglichkeit, die wir nutzen können. Gilt auch genauso mit Personen, wenn ich hier mal draufgehe und jetzt einfach mal das hier an dem Beispiel nehme. Ich möchte die Personen aus dem Bild draußen haben. Dann kann ich hergehen und kann sagen, Suche von Ablenkungen. Bitte auch hier auf das Plus draufgehen und diesmal auf Personen klicken. Prinzipiell gleiches Prinzip. Ich habe auch die KI an, auch wenn er hier nicht alle Personen erkennt. Wäre kein Problem. Ich kann natürlich sagen, hey, bitte die anderen Personen noch mit auswählen oder sowas. Oder ich will das Brautpaar drin lassen und nur, ich glaube, das bin sogar ich, der da vorne durchs Bild gelaufen ist. Dann lassen wir das Brautpaar mal drin. Es muss gar nicht perfekt ausgewählt sein. Das reicht ja auch so. Es soll ja auch nur eine Unterstützung bieten, nicht die Arbeit komplett für uns erledigen. Das wäre schön. Vielleicht sind wir irgendwann mal soweit. So, machen wir es einfach mal. Und auch die hier. Raus mit euch. Und jetzt auf den Haken. Deswegen, das finde ich gar nicht mal verkehrt, dass ich hier die Wahl habe, nach jedem Strich entfernen anzuhaken oder abzuhaken, um eben zu sagen, hey, jedes Mal, wenn ich drüber gehe, jetzt rechnest du bitte neu. Oder lass mich doch erstmal alles anmalen und dann fängst du an zu rechnen. Das ist ein richtig geniales neues Feature von diesem Werkzeug, was ich sowohl bei dem KI als auch nicht bei dem KI-Bereich mit drin habe. Das macht es ein bisschen einfacher, weil das war zum Teil echt nervig, wenn ich zwei, drei Sachen raushaben wollte und jedes Mal stockt der und braucht ein bisschen. Und das Ergebnis kann sich ja ganz gut sehen lassen. Habe ich hier den Schuh, die Schuhsohle an der Stelle fehlt noch. Die würde ich vielleicht noch wegmachen. Und ich kann halt hier jedes Mal sagen, war mal Auto, da dürfte das jetzt bei dem kleinen Punkt eigentlich keine KI benutzen. Genau, hat er nicht. Hat super funktioniert. Alles cool. Das heißt nicht, wenn ich hier dreimal klicke, wird nicht jedes Mal KI neu generiert, sondern er macht es halt relativ zügig, wenn er es nicht für sinnvoll erachtet, was ich eine ganz coole Methode finde. Okay, es gibt allerdings einen gigantischen Nachteil. Was ist, wenn ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin? Ich habe sonst ja immer die Möglichkeit, wenn ich jetzt irgendeine Auswahlwerkzeug nehme und halt Generate Fill ganz normal ansteuere, dass ich mir Variationen aussuchen kann, dass ich nochmal neu generieren kann, wenn es mir nicht passt. Und das kann ich hier einfach nicht. Man sieht hier, er hat ein fertiges Ergebnis, ne, auf diese Ebene draufgekloppt. Das ist das, was er rausgegeben hat. Ich habe keine Möglichkeit, mir was zu variieren. Ich habe keine Möglichkeit, herzugehen und nochmal was zu verändern. Außer ich mache es halt nochmal neu drüber, das ist klar. Nichtsdestotrotz finde ich das ein bisschen scheiße. Sage ich ganz ehrlich, das wäre was, wo man noch was dran verbessern könnte, dass ich zumindest einmal die Variante noch mit drin habe. Und vielleicht, was die Motiverkennung angeht. Aber vielleicht habe ich auch absichtlich jetzt ein Motiv mit drin gehabt, bei dem es halt eben nicht funktioniert. Macht euch, seid euch darüber im Klaren, dass das natürlich fehleranfällig sein kann. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine schöne Geschichte, hierher zu gehen und zu sagen, ich mache zwei Klicks und die Sache ist raus. Das ist recht easy. Gut. Jetzt auch vielleicht gerade mal als Beispiel, dass man es mit reinnehmen kann, wenn ich hier nach jedem Strich entfernen abhake und sage, ich will die Windräder hier raus haben. Dann kann ich das natürlich auch tun ohne diesen Automatismus. Aber ich muss nicht jedes Mal warten, dass er was neu generiert, sondern ich kann mir die nacheinander alle hier anmarken. So anmarken, dass da hinten noch mit reinnehmen. Und vollkommen egal, ich mache es mal ohne KI. Machen wir hier generative KI aus. Ich kann kurz warten und hier auf den Haken drücken und dann macht er alles auf einen Schlag. Und das ist dann das Ergebnis. Klar kann ich dann hier nochmal drüber gehen und muss zum Teil vielleicht jedes Mal an- und aushaken und mit bisschen Variation oder sowas in der Richtung arbeiten. Nichtsdestotrotz, ich muss nicht jedes Mal warten, wenn ich den Strich ziehe und das macht es viel, viel einfacher. Punkt Nummer zwei, was noch neu mit reingekommen ist, beeindruckt mich tatsächlich gar nicht so krass. Also hier gibt es wieder eine, das hatten wir ja das letzte Mal auch, bei diesen Auswahlwerkzeugen gibt es eine Variante, hier so ein Korrekturpinselwerkzeug. Das war beim letzten Update schon mit drin, das mich nicht so wirklich beeindruckt hat, weil es ja im Endeffekt auch nur eine Kombination aus aktuellen Werkzeugen ist. Sowas ähnliches gibt es jetzt auch hier oben, nämlich den Auswahlpinsel. Mit dem Auswahlpinsel kann ich im Endeffekt hergehen und kann ganz normal wie mit einem normalen Pinsel irgendwo reinmalen oder halt auch nicht, wie ich so lustig bin. Und das, was ich umrandet habe, das wird in dem Moment halt ausgewählt. Das ist dann meine Auswahl, die könnte ich für Generative Fill oder sowas in der Richtung nutzen oder was anderes damit veranstalten. Dann eine Maske setzen. So, ist eine Maske entstanden. Also solche Sachen würden funktionieren. Auf der anderen Seite ist es auch nichts anderes als das Lasso-Werkzeug. Hier, kann ich ja genauso machen. Lasso-Werkzeug könnte mir einmal eine Auswahl da drum ziehen. Ja, die könnte man schöner machen, vollkommen egal. Aber das ist ein Werkzeug, das seit Jahren da ist. Ich verstehe nicht ganz, warum man was Neues mit reingemacht hat, nur um was Neues mit drin zu haben. Also, keine Ahnung. Vielleicht hat das einen tieferen Sinn. Vielleicht kommt da irgendwann nochmal was Größeres. Es ist eine Vorbereitung auf eine andere Geschichte. Nichtsdestotrotz ist es halt eher sowas, wo ich mir denke, hm, okay, kann man machen, muss man jetzt aber nicht unbedingt. Alright. Was gibt's noch Neues? Wir haben gerade was Generative Fill angeht, eine richtig krasse Neuerung mit reinbekommen. Machen wir doch mal aus dieser Straße, wenn wir sie eh gerade ausgewählt haben, generatives Füllen. Und wir machen daraus einen Fluss. Einfach nur als Beispiel. Darum soll es gehen. Das ist jetzt neue Firefly-Technologie mit drin, die natürlich die ganze Geschichte nochmal verbessert hat, nochmal verschönert hat, irgendwie nochmal bessere Ergebnisse. Ob das jetzt gut oder schlecht funktioniert, können wir ja mal stehen lassen. Perfekt wird das selbstverständlich nie sein. Aber es ist in die richtige Richtung, je nachdem, wie man es in dem Moment nennen möchte. Der Vorteil von dieser Sache ist jetzt, dass ich jetzt relativ neu, klar, es war vielleicht ein bisschen eine ungünstige Shape für diese ganze Sache, ne, aber ich kann hergehen und kann sagen, hey, das ist ein Ergebnis. Auf der Basis würde ich gerne weiterarbeiten. Und kann dann hier sagen, ganz neu, mit den drei Punkten, ähnliche generieren. Um eben zu sagen, hey, mach nicht was Neues, sondern da bist du ja schon in der richtigen Richtung, bitte hier weitermachen. Das so in der Art, wenn auch nicht ganz das, sondern irgendwie cooler. Und wir können eben eine Richtung vorgeben. Ich hatte es in der letzten Beta schon angesprochen, da sind einige Funktionen noch mit dabei. Also gerade solche Beta-Geschichten, die kommen dann immer mal wieder in Photoshop rein. Das ist ja irgendwie klar, dass das irgendwann umgesetzt wird. Aber da kann man sich es nochmal anschauen. Und dann bin ich beispielsweise jetzt hier in der Richtung oder in der Richtung, sieht besser aus oder halt nicht. Er hat halt immer noch mehr in Richtung Straße gemacht. Vollkommen egal. Ich habe nochmal Varianten, mit denen ich hier weiterarbeiten kann, die hoffentlich in eine richtige Richtung gehen. Also neues Firefly-Modell, auch mit der Möglichkeit, das hier reinzusetzen, mit Hintergrund austauschen und sowas in der Art. Das habe ich das letzte Mal schon gezeigt, dass das relativ, in Anführungszeichen, einfach gehen sollte oder halt auch nicht. Dass ich hier sage Hintergrund entfernen. Und wenn der Hintergrund raus ist, kann ich auch einen Hintergrund generieren. Und da machen wir irgendwie, was weiß ich, Winter. Ist ja vollkommen egal. Einfach, dass wir einen Kontext mit drin haben und er relativ schnell den Hintergrund austauschen könnte. Solche Sachen sind natürlich noch mit dabei. Alles Teil von der neuen generativen KI, wo man jetzt nicht viel mitbekommen hat, die sich jetzt optisch nicht sonderlich stark verändert hat, aber schon so ein kleines bisschen. Und das Ergebnis, perfekt ist es nicht, aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Also auch wenn hier ein Skispringer plötzlich mit dabei ist. Also klar, je mehr ich generiere, umso anspruchsvoller wird es natürlich auch für die KI. Diese generative KI-Geschichte läuft ja jetzt nicht nur auf Hintergründe oder sowas in der Art, sondern die Verbesserung ist ja genauso auch in die Erweiterung gegangen. Wenn ich was nach rechts, links, oben, unten oder sowas in der Art erweitern möchte, kann ich das relativ easy hier mit der generativen Erweiterung machen. Einfach den Haken dran und er läuft dann voll automatisiert, schneidet mir das zu, erweitert mir das, generiert das nach oben hin weiter und auch hier sind einige Verbesserungen mit reingekommen, die das Ganze natürlich nochmal schönere Ergebnisse, zuverlässigere Ergebnisse, realistischere Ergebnisse in den meisten Fällen erstellen. Die Fahne hier oben hat ein bisschen versaut, nichtsdestotrotz, das ist ja dann der Punkt, warum generative KI ein bisschen besser ist, weil ich hier mit Masken arbeiten kann und sagen kann, deswegen im Übrigen auch diese andere Geschichte immer auf einer Sonderebene machen. Dann kann ich halt hier sagen, bitte, Moment, vielleicht mit schwarzer Farbe, bitte einmal hier das wegmachen und das könnte ich dann nochmal neu generieren, wenn ich das machen will oder selber rausstempeln oder sowas in der Art. Da kann ich dann selber nochmal nachschauen, aber ich habe die Möglichkeit, einzelne kleine Bereiche nochmal gesondert zu bearbeiten. Das Ergebnis kann sich ja sehen lassen, klar, bis auf die Fahne, aber sonst fällt das, glaube ich, nicht auf, dass hier in dem Moment was generiert wurde, was verändert wurde und klar gibt es diese Variante mit den Varianten erstellen und mit der Auflösung erhöhen, das kennt man ja aber. Gut, es gibt jetzt noch eine Sache, die hier noch mit reinkommt, klar, natürlich den Lightroom-Part, den ich schon genannt hatte, dass wir in Camera Raw die gleichen neuen Funktionalitäten haben, wie auch in Lightroom oder in Lightroom CC zum Teil. Hupsi. Gerade hier im Retusche-Bereich, diese Geschichten sind natürlich neu mit dazugekommen und auch andere Neuerungen, die halt eben jetzt speziell Lightroom bezogen sind, das landet hier selbstverständlich ebenfalls drin. Und wir haben auch solche Sachen wie die Content Credentials, das findet man hier im Fenster in dem Bereich, da habe ich in dem Moment auch die Möglichkeit, das zu aktivieren, dass ich eine Vorschau mit drin habe, wie das genau aussieht, hatte ich ja aber im Lightroom-Video schon gezeigt, deswegen gerne das auch anschauen, dann sieht man es doch ein kleines bisschen genauer, was es hier alles Neues gibt. Okay, ich muss ganz kurz einen Hinweis geben, es gibt mehr als das, was in Lightroom reingekommen ist, in Camera Raw. Camera Raw hat zum ersten Mal, zumindest mal in meiner Erinnerung, mehr neue Features spendiert bekommen als Lightroom und es ist ein geiler Ausblick. Photoshop löst sich langsam wirklich ab, was Lightroom anbelangt, wenn das in Lightroom umgesetzt wird. Nichtsdestotrotz ist das so viel, dass ich das, glaube ich, in diesem Video nicht mehr unterbringen möchte, sondern ich mache dazu ein extra Video. Deswegen, in den nächsten Tagen kommt noch was Spezielles nur zu Camera Raw raus, da wartet ein richtig krasser Scheiß auf euch. Morgen, ich mache es einfach morgen, ich drehe es eh an meinem gleichen Tag ab, von dem, morgen geht es einfach 18 Uhr online, dann kriegt ihr die gesamten gleichen Features und noch mehr in Camera Raw. Okay, das waren grob die Neuerungen, die wir jetzt in Photoshop mit drin haben. Es ist jetzt nichts mega Besonderes und vieles ist irgendwie nur so ein bisschen schneller höher weiter geworden. Nichtsdestotrotz möchte ich einen Ausblick geben, in welche Richtung es gehen. Könnte. Das kriegen wir, wenn wir hier erstmal auf die Beta wechseln, die sich im Übrigen auch jeder installieren kann. Keine Sorge, ihr müsst nichts Besonderes machen, sondern ihr müsst beim Installieren einfach auf Beta klicken. Moment, das ist, wenn man jetzt hier mal schaut, einfach bei alle Applikationen hier auf Beta und dann die Photoshop Beta nehmen. Nur aufpassen, dass man damit nicht alles bearbeitet, sondern eher so zum Testen. Dafür habe ich es im Endeffekt auch. Er weiß nur manchmal nicht, mit welchem Photoshop er es öffnen soll, deswegen vorsichtig sein. Gut, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, ohne dass eine Datei geöffnet ist oder sonst irgendwas, auf Bearbeiten zu gehen und dann auf generativer Arbeitsbereich. Und das ist jetzt ein neuer Arbeitsbereich, der eher dafür da ist, um für Inspiration zu sorgen, für Ideen, für was wir vielleicht machen könnten. Der ist momentan noch natürlich in Bearbeitung, da wird noch dran gearbeitet, aber es ist so ein bisschen vergleichbar mit sowas mit Journey-mäßigen. Ich kann hierher gehen und kann sagen, bitte gib mir einen Fotografen, ich hoffe, das geht auch auf Deutsch, das wird sich gleich zeigen. Im Urwald mit Kamera, könnte man auch hier irgendwie so ein paar Farben mitgeben, das klar ist, was da mit dabei ist. Können wir hier so Variablen, das ist schon ein bisschen schön erklärt, einfach um es mal auszuprobieren. Blue, Orange, Yellow klingt gar nicht mal verkehrt, ich hätte gerne irgendwie Orange, Teal. Machen wir doch mal hier Orange, Teal und können dann auch hier sagen, was weiß ich, ich kann eine Referenz hochladen, ich möchte eine gewisse Auflösung haben, quer, irgendwie Querformat, quadratisch, Whitescreen für ein YouTube Thumbnail oder sowas in der Art. Ich möchte Effekte mit drin haben, dass es halt eben sehr realistisch aussieht oder sowas in der Art. Ich kann hier noch Variablen mit hinzufügen, Moment, da geht ja auch noch hier, klar, Farben oder sowas in der Richtung oder ich kann eben Quadrat, ne. Einfach ein bisschen schauen, dann variiert er diese ganze Geschichte gerne und wir können ja einfach mal hergehen und können es generieren. Fast Mode ist aktiv, das sorgt dafür, dass es ein kleines bisschen schneller geht, bevor man die eigentliche Variante generieren möchte und ich sag mal hier Generate. Und dann sieht man schon, ich habe hier zwei Variationen und er macht mir natürlich auch beide Varianten, dass ich sagen kann, hey, das sieht irgendwie cooler aus, ich hätte gerne eher die Variante oder eher die Variante. Da gefällt mir Orange schon ein bisschen besser, dann bleiben wir doch bei Orange und können dann, was weiß ich, ich möchte hier irgendwie noch was hinzufügen oder so, ne. Könnte man dann hier sagen, Teal lassen wir mal raus. Upsi, ich habe nochmal generiert. Hauptsache mehr von, Hauptsache mehr von den Credits in the moment verbraucht. Legen wir mal los, ne. Also, ich möchte es Orange haben, ich möchte Sonnenuntergang, ich möchte ein Elefant oder sowas in der Richtung, ne. Also, darum soll es ja in der Hinsicht gehen, dass man einfach so ein bisschen ausprobiert, dass man so ein bisschen Inspiration mit reinbekommt und wir sagen nochmal Generate. Und wir haben auch hier wieder vier Varianten mit drin, auf der Basis, auf der wir weitermachen könnten und sowas in der Richtung. Also, darum soll es gehen. Es ist halt einfach so ein bisschen was in Richtung Inspiration und dann kriegst du halt sowas als Ergebnis. Kannst du jetzt in dem Moment auch groß anzeigen lassen. Vielleicht mache ich es hier auch mal. Ah, jetzt. Okay, ja, gut. Man sieht halt, ne, gerade bei den Fast-Geschichten kann es mitunter ein bisschen, äh, nicht ganz so 100% realistisch sein. Es ist halt auch in Beta, deswegen brauchst du mitunter ein kleines bisschen. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich auch hierher gehen und kann sagen, was weiß ich, die Variante gefällt mir ganz gut. Das ist auch die Prompts, die ich verwenden möchte, äh, dass man hier halt eben nicht, äh, so ein bisschen rumprobiert, schaut, was als Ergebnis rauskommt. Und dann halt einfach sagt, hey, das ist die Richtung, die es sein soll. Ich mache den Fast-Mode aus und generiere mir das Ganze nochmal und kriege dann auch zum Schluss passende Ergebnisse. Hoffentlich in dem Moment, die so ähnlich aussehen. Äh, es ist quasi das eigene Mid-Journey nur jetzt in Photoshop. Immer mit vier Variationen, immer mit einer Geschichte. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail hier reinsteigen, weil ich es selber noch nicht 100% ausprobiert habe, sondern es einfach mal in so eine Richtung gehen soll. Man sieht schon mal qualitativ deutlich eine ganz andere Schiene. Ähm, wenn es aufgeht, das dauert halt immer so ein kleines bisschen, wenn das halt, bis das halt endlich mal offen ist. Und ich kann es mir halt auch favorisieren, beziehungsweise durchsuchen oder sowas in der Art. Das ist gar keine schlechte Geschichte. Deswegen, äh, gerne mal testen. Ich weiß nicht, wie es sich aktuell auf Credits oder sowas in der Richtung auswirkt, dass man halt, äh, in irgendeiner Art und Weise muss es ja abgerechnet werden. Das wird ja nicht unlimitiert sein. Nichtsdestotrotz, äh, es ist mal eine interessante Geschichte. Es schadet mal nicht und, äh, man kann es hier mal antesten. Ich bin gespannt, wie das in der Hinsicht weitergeht. Klar wird es immer mehr KI, immer mehr Generator, Film und sonst irgendwas sein. Nichtsdestotrotz, ähm, für so Inspirationsgeschichten nutze ich auch gerne mal eine künstliche Intelligenz. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht so 100% das wäre, was ich fotografieren würde. Und klar sieht es bei weitem nicht realistisch aus. Also, ja, Finger und so sind ja immer problematisch, ne? Aber interessant, dass ich eigentlich in so kurzer Zeit sowas Grandioses hinbekommen habe, um zumindest einmal zu sagen, hey, ja, hier, klar, Firefly Image Model 3, das ist ja auch das, was mir dazugehört. Ich könnte beispielsweise sagen, ich habe eine Idee, ich will was umsetzen, ich möchte inspirationsmäßig in eine gewisse Richtung, um zu sagen, das hätte ich gerne oder ich will das Bild, aber bei Sonnenuntergang oder sowas in der Art, ne? Um zu sagen, wie könnte sowas aussehen, kann ich dem irgendjemandem mal, mit dem ich zusammenarbeite, so eine grobe Idee, so ein Bootboard vor die Nase legen und sagen, hey, das wäre ein Gedanke, den ich hätte. Können wir das so umsetzen? Was brauchen wir dafür? Das ist eine ganz coole Geschichte, deswegen bin ich gespannt, wie diese Geschichte, wie diese Sache weitergeht und, ja, es scheint was Größeres anzurollen und nicht einfach nur so ein kleines bisschen, hey, jetzt sind die Auswahlen automatischer oder es ist ein bisschen schöner hier oder ein bisschen schneller da oder sowas in der Art. Ich glaube, dass da Adobe noch an was Größerem arbeitet. Bereich Video schadet auch nicht mal anzuschauen, Premiere kann jetzt Videos generieren, ich bin da gespannt, ich weiß nur nicht, ob ich ein Video so machen soll, dafür bin ich aktuell so sehr da Vinci, aber, ähm, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesen Neuerungen haltet, ob ihr es schon ausprobiert habt, checkt es gerne aus. Und wer mehr zum Thema Photoshop lernen möchte, ich habe einen kompletten Kurs dazu, auch zum neuen Generative Fill, zur neuen künstlichen Intelligenz, wie man es schafft, damit gescheit Bilder zu retuschieren, gescheit umzusetzen, gescheit Hintergründe auszutauschen oder sowas in der Art. Gerade für die Leute, die sagen, ich habe da bisher immer nur rumprobiert mit und war nicht so ganz so zufrieden mit den Ergebnissen, lohnt es sich da mal ein bisschen genauer hinzuschauen, da habe ich eine passende Strategie für euch, weil es ist eigentlich gar nicht so wild und oft genug kommt man mit richtig, richtig geilen Ergebnissen zurück. Und man muss sich nicht drauf verlassen, dass die KI vielleicht was Passendes zurückliefert, ihr habt das unter Kontrolle, wenn ihr wisst, wie. Das zeige ich euch genau da, deswegen gerne auschecken, ich habe es unter diesem Video verlinkt und wir sehen uns einfach im nächsten wieder. Müsst man eigentlich mal ein Beispiel mit reinbringen, hier sowas. Da. Das hier ist komplett nur mit KI aufgeräumt und gar nicht mal so aufwendig und sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Wenn man weiß wie, wie gesagt, wenn man weiß wie es funktioniert, was man eingeben muss, was man wie machen muss, welche Möglichkeiten, es gibt ja auch nicht fünfmal generiert oder so, da geht schon ein bisschen was. Und das siehst du auf den ersten Blick nicht. Siehst du auch nicht, wenn du näher rangehst, ne? Also, haha, geile Sache. Alright, äh, Feierabend. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal.